Hallo und herzlich willkommen zum TCBM von SIGRP96 Ja, getauscht, Briefs ankommen, hab schon mal aufgemacht, war ziemlich gut verpackt Er hat die Variante gewählt mit doppelt verpackt, hält besser Deswegen hab ich schon mal vorbereitet Einmal Zweimal So, mit Umschlag Noch was drin, jawohl Hi, so jetzt mach ich die Karten auch mal so fest, viel Spaß Ja, dankeschön Hab sie natürlich schon mal aufgemacht, weil sie waren echt, er hat sie echt gut zugemacht Also war wirklich, das ist der Bonus Und die 5 Euro, hab ich gesehen, waren hier drin, mit Taka zugemacht So, zack Jawohl, einmal 5 Und das war's, genau So Und hier war zugeklebt, da hab ich schon mal aufgemacht, weil mit einer Hand lässt sie schlecht filmen und aufmachen und ja Deswegen hab ich das mal vorbereitet Ich hab da mal was vorbereitet So Und das ist der Bonus So, schau mal rein Zack So, da haben wir einen Gusto Egil Eine Winterpriesterin von Gusto Ein Gusto Guldo Kann ich mir Gusto weg machen Black Luster Soldier Der Ritualmensch Einen Einen Was ist das da? Edelsteinritter Aquamarine Secret Rare Ein X-Sable Wayne Ein Untergrundspinnentier Ein Fusion des Edelsteinritters Und Ein Edelsteinaufwertung Ja, cool Netter Bonus Danke, freu ich mich Ah, da hab ich noch was vergessen Stopp Da ist noch ein Nadelball mit Sick Yeah Ja Cool Alles klar Ja Daumen hoch für SickLP Ja Haut da rein Bis denn dann Danke fürs Zuschauen Und Tschüss.